Viel hat sich in den vergangenen Jahren am Heinrich-Braun-Klinikum am Standort Zwickau getan. Heute wurde ein Objekt seiner Bestimmung übergeben, welches den Verantwortlichen schon lange am Herzen lag. Nach vier Jahren Bauzeit wurde das historische Bettenhaus als neues Kinderzentrum seiner Bestimmung übergeben. Hell, freundlich, modern und funktional. All das sieht der Betrachter beim ersten Hinsehen. Stolz und zugleich glücklich war man heute seitens derjenigen, die zukünftig hier Kinder und Jugendliche medizinisch versorgen werden. So ist es genau. Endlich alle beteiligten Abteilungen aus dem Kinderzentrum unter einem Dach. Haben wir schon lange drauf gewartet und freuen uns sehr. Die Kinderpsychiatrie, die bisher in einem schönen Gelände im Wald gelegen hat, aber einfach einen langen Weg, zehn Minuten Fußweg zu den anderen Abteilungen der Kinderklinik hatte, zieht mit hier in die neuen Räume ein. Das Gebäude war auch schon recht alt und das ist wirklich ein sehr großer Gewinn für die schönen Räume und aber einfach auch für die Nähe miteinander. Unsere Zusammenarbeit ist sehr eng, Kinderärzte, Kinderpsychiater und das macht es uns natürlich im Alltag viel leichter, endlich unter einem Dach zu sein. Das war natürlich sicher ein großer Kostenfaktor. Unbedingt. Da sind wir auch sehr dankbar. Einerseits dem Freistaat Sachsen. Wir haben für den kinderpsychiatrischen Bereich eine Höhe von 6 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung gestellt bekommen und das Haus hat Eigenmittel in Höhe von etwa 15 Millionen Euro noch zur Verfügung gestellt. Und da sind wir natürlich sehr dankbar, dass wir so ein schönes, großes Haus dafür gestalten durften. Wir reden hier über drei Etagen, die das insgesamt umfasst. Das ist unsere Zuschauer verstehen. Was ist die Philosophie dahinter, hier alles so kompakt über drei Etagen konzipiert zu haben? Genau. Wir haben die stationäre Kinderpsychiatrie hier im Erdgeschossbereich, die stationäre Pädiatrie, zwei Etagen darüber im zweiten Geschoss und dazwischen befindet sich im ersten Geschoss ein Teil der Tagesklinik der Kinderpsychiatrie. Nicht alle Kinder müssen über lange Zeit stationär bleiben. Andererseits gestaltet sich die Behandlung oft über monatelange Behandlungszeiträume und da ist so eine tagesklinische Anbindung dann ein Weg, den wir häufig gehen. Andererseits ist in der ersten Etage auch die Funktionsabteilung für die Kinderklinik angesiedelt. Dort hat jeder Raum eine eigene Funktion, die dann dort untersucht werden kann. Es gibt EEG-Diagnostik, Herzdiagnostik, Lungendiagnostik, alles in einzelnen Bereichen. Bisher ist das auf zwei Räume mit einem kleinen Wartebereich konzentriert und so dehnt sich das aus und die Abläufe können viel besser gestaltet werden natürlich. Wie ist das mit dem Personal? Sie haben das bestehende Personal mitgenommen. Haben Sie auch Neueinstellungen vollzogen? Neueinstellungen sind im Laufe der Zeit einfach ständig nötig. Das hat gar nichts mehr mit dem Umzug zu tun, aber da sind wir natürlich die ganze Zeit dran. Wir haben da auch große Unterstützung, weil gerade auch im kinderpsychiatrischen Bereich, da bedarf stets Steigendes in letzter Zeit. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute, viel Kraft und gutes Gelegenheit. Vielen, vielen Dank. Emotional war dann die Segnung der neuen Einrichtung. So segne und behüte alle, die hier aus und eingehen. Der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gott schaue freundlich auf uns und sei uns nahe. Gott sei gnädig und schenke uns seinen Frieden. Amen. Mit dem Durchschnitt eines Bandes wurde die neue Einrichtung offiziell ihre Bestimmung übergeben. Beim dann folgenden gemeinsamen Rundgang konnten sich die Anwesenden ein Bild vom neuen Kinderzentrum machen. Auch für Zwickhaus Oberbürgermeisterin war das heute ein Termin, den sie gerne wahrgenommen hat. Das HBK insgesamt nimmt ja eine äußerst positive Entwicklung. Und die Jahre seit 1990 steht immer auch die Kinder- und Jugendmedizin im Mittelpunkt. Und das HBK hat sich schon immer das als Aufgabe gestellt, dass die Kinder nicht nur ein Anhängsel sind, sondern dass die Kinder- und Jugendmedizin im Mittelpunkt auch der Krankenhausentwicklung steht. Das ist nicht nur Herrn Professor Nentwisch geschuldet, der ja leitender Chefarzt war nach 1990, sondern das ist auch so fortgeführt worden und über dann Chefärzte in der Kinderklinik Dr. Stuckart und jetzt Frau Dr. Huster. Auch die Krankenhausleitung hat sich damit immer identifiziert, obwohl, das muss man sagen, leider was die Finanzierung des Krankenhauswesens betrifft, gerade die Kinder- und Jugendmedizin dort nicht so gut bedacht ist. Und das ist ja auch so, dass wir da froh sind, dass das Krankenhaus sich dieser Aufgabe stellt, auch in der öffentlichen Versorgung, denn im privaten Bereich steht das nicht so im Mittelpunkt. Und deshalb sind die öffentlichen Häuser hier gefordert und unser Heinrich-Braun-Klinikum macht das eigentlich mit Bravour über die letzten 30 Jahre. Und heute mit der Einweihung des neuen Kinderzentrums hier mit Kinder- und Jugendpsychiatrie und Kinder- und Jugendklinik und Verbindungen auch zum Operationszentrum sind wieder neue hervorragende Bedingungen entstanden, sodass niemand Angst haben muss, wenn sein Kind mal ins Krankenhaus muss, dass das eine schlimme Erfahrung wird. Ich denke, auch die Mitarbeiter sind immer dabei, den Kindern das so schön wie möglich zu gestalten, im Sprechen der Situation und die räumlichen Bedingungen sind jetzt auch hellfreundlich und alle werden sich wohlfühlen und dann vielleicht sogar traurig sein, wenn sie diese schönen Räume verlassen müssen. Aber sie werden froh sein, wenn sie gesund entlassen werden können. Natürlich nutzten auch wir die Gelegenheit, uns einmal im Kinderzentrum umzuschauen. Mit viel Liebe zum Detail wurden hier verschiedenste Bereiche eingerichtet. In einem Raum haben wir Ergotherapeutin Christine Thalwitzer getroffen, die sich schon mal ihre neue Wirkungsstätte angeschaut hat. Uns interessierte, was zukünftig ihr Tätigkeitsfeld sein wird. Also in der Ergotherapie wird ja geschaut, welche Fördermöglichkeiten die Kinder bekommen sollen. Sie sollen selbstständig werden. Es wird das Selbstbewusstsein gestärkt, soziale Kompetenzen und natürlich verschiedene andere Wahrnehmungsbereiche, Feinmotorik, Grafomotorik. Ja, also ganz eine große Bandbreite. Man sieht ja hier, es gibt ganz viele Möglichkeiten, angefangen von der Sprossenwand. Und das wird wohl alles ein bisschen spielerisch erkundet. Richtig, genau. Das sind unsere neuen Räumlichkeiten. Die Möglichkeiten hatten wir bis jetzt noch gar nicht, sodass dann auch spieltherapeutisch mehr gearbeitet werden kann und das Kind auch so hintenherum im Spiel sozusagen die Fähigkeiten und Fertigkeiten üben kann. Nach unserem Besuch im neuen Kinderzentrum des Heinrich-Braun-Klinikums Zwickau waren auch wir uns einig. Hier kann man seine Kinder mit gutem Gewissen den Medizinern anvertrauen. wir sehen uns dann hier übrigens wieder über jeden Morgen aufhört Avan. Und dann kommen wir auch zum Beispiel im YouTube auch malpersonnen. Also bei Reg miauerem. Also bei der cavity ist die Kam.... Also bei einem